Heute haben wir gedacht, lassen wir jegliche Vernunft draußen vor der Tür, haben einfach nur mal Spaß in diesen doch schwierigen Zeiten und der Pat B hinter der Kamera meint, hey Horvath, ich habe da noch ein paar Clips zusammengestellt von ein paar guten Motorinnen, die sehr sehr gut klingen und ja, ich würde sagen, wir wollen gar nicht mehr länger warten, starten wir gleich rein. Der erste Motorrad leset ja Platz 7 BMW K1600, ja bevor ich jetzt ins Video starte, was weiß ich, rein Sechszylinder, viel Hubraum, aber auch viel Gewicht, aber einer der wenigen Sechszylinder, der heute noch produziert wird, heute noch, ich glaube Horvath baut noch den Feuer 6, aber ein reiner Sechszylinder in einem Motorrad ist selten und ich würde sagen, drücken wir gleich mal auf Play. Ah, ich sehe schon, okay, drei Städten unserer 1000 PS Teststrecke. K1600, das ist, wow, ich kann schon noch länger ausdrehen, komm, drei Länger. Ah, Sechszylinder, geil. Es ist ein unglaublicher Sound, das schafft eigentlich nur BMW, mein BMW natürlich, ewig lange Erfahrung mit dem Sechszylinder aus dem Autobau. Ah, das ist schön, schön, ein bisschen sehr seidig, jetzt warten wir nach der Spitzkehre, weil da ist die Möglichkeit zum Ausdrehen da, und das ist, kann ich sagen, GTL, ui, ganz, ganz schwer, 350 Kilo oder sowas. Warten wir. Jawohl, jawohl, ist schon vorbei. Ja, rein Sechszylinder, BMW K1600. Unglaublicher Motor, jetzt ist er auf schnell neue rausgekommen, die werden wir bald testen, und das ist einfach so ein unglaubliches Aggregat. Echt einzigartig, dieser Sound, muss ich nochmal kurz in den Anfang reinhören. Einfach dieses, dieses hohe Kreisch, aber so gediegen gleichzeitig. Na, fantastisch. BMW K1600, ein würdiger simter Platz in dieser Liste. Ähm, schaut natürlich, K1600, was ihr dazu sagt. Gehen wir gleich weiter und darauf freue ich mich jetzt direkt echt schon, Honda CBR250RR. Ich hoffe echt, das ist die Babyblade, die aus den 80er, 90er Jahren, 250cc rein Vierzylinder, dreht glaube ich bis 20.000, was ich mich erinnere. Aber einfach diese Fahrzeugklasse, da müssen wir gleich reinhören, weil die drehen aus, aber es passiert nicht viel. Das ist so lustig, da muss man gleich reinschauen. Das kenne ich, das kenne ich, Riding with Tom. Jawohl. Keine Warte, ich muss schon auf dem Tacho erkennen. Ich glaube, der fährt ja keine 60 kmh und dreht den zweiten, dritten Gang komplett aus und du schreibst da zu tausend, muss man rein. Jaaaa. Na ja. Nice. Er sagt, ah, das ist geil. Das ist so geil. Ich sprech nicht wieder, ich bin fest. Ja, nein, unglaublich, 60k an hour, feels like a Valentino Rossi, da hat er recht. Nein, Riding with Tom, australischer Motor-Vlogger, den habe ich in meiner Jugend, also vor fünf bis zehn Jahren auch immer sehr geschaut, das Video habe ich damals geschaut, als es rausgekommen ist. CBR250RR, ich würde mir das so gerne kaufen oder auch die aktuelle Kawasaki ZX25R und damit einfach am Pannone-Ring die Start-Ziele entlangfahren, vierter Gang voll Austritt, ärgstes Gekreische und mich überholt wahrscheinlich ein 600er Supersportler noch im ersten Gang, das ist so geil. Das freut mich so, dass sie in der Liste dabei ist, CBR250RR, eins meiner Traumbergs ist ganz hoch auf der Liste, also falls ich mir die mal importieren kann, mache ich das sofort. Platz 5, gehen wir gleich weiter, Y2K Jetbike, Jay Leno, was ich mich recht erinnere, ist kein schönes Bike, aber Jetbike, ich glaube das hat echt einen Turbinenantrieb, schauen wir rein, Jay Leno, absolute Legende, auch ein echter Motor, schaut euch das an, das ist, ja über Geschmack lässt sich nicht streiten, ein bisschen wie ein Walfischer, ui, ui, warte, warte, da muss ich zurück, was war das gerade für ein Switch, ui, war das der Starter, ich glaube es war der Starter, der dann geswitcht ist, wirklich in den Turbinenantrieb, kleiner Fun-Tag, den ich dazu gelesen habe, damals, ich glaube das bestand in 50 Sekunden auf über 300, wenn man es will, und wie man sieht, es hat Straßen zu lassen, das ist wahrscheinlich da auf der Snake irgendwo oben in Kalifornien, wo es ist, wo schon so streng sind, kann sie mit einem Jetmotor, mit dem Motor fahren, so ein Jay Leno, jetzt will ich es hören. Oh, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bissel underwhelmed, wie man so schon sagt, ein bissel, das war jetzt nicht so spektakulär, ich meine, wenn er da wegführt, wenn wir nochmal rein, das ist ja so leise wie Elektroantrieb. Ja, Y2K Jetbike, natürlich, wenn wir jetzt einen Dragstrip hätten, wo es wahrscheinlich komplett austritt wird, dann kommt es wahrscheinlich wie ein Düsenjet, der startet, sicherlich spektakulär, aber so ein Straßenbetrieb, Y2K Jetbike, ja, ist okay, also nicht mein Highlight auf dieser Liste, tut mir leid. Aber Platz 4, kommt vielversprechend, MV Augusta 500, Agostino, und Agostino, ist da der Giacomo dabei? Da ist er, Giacomo Agostino, echte Legende, hat jetzt auch sein eigenes Museum in Italien, das man, glaube ich, auf Anfrage besuchen kann. Bist du deppert? Bist du wahnsinnig? Jawohl, im Museum. Ah, ui, da wäre ich ein bisschen wehmütig, wenn ich das sehe. Das ist das Museum, das letztes Jahr lang wieder brand ist. Aber schön, dass es noch so auf diesem Pipp-Pippt. Na, super. Ich habe da natürlich ein Gesun-Motor, oder was? Ja, lass uns mal etwas reinhauen, nochmal. Das war so unglaublich laut, das Gefahr, dass wir so ausgeheilt haben, mit Kopfhöh- äh, mit Ohrstöpseln zu fahren, weil das so laut war. Das ist wirklich fantastisch. Ich meine, das war noch im Motorrad-Sport zweitakt geprägt damals. Und ich glaube, da hat MV Agostino, fantastisch, einen Viertaktmotor wirklich aufgemischt. Na, super. Super. Vom Giacomo Agostino drauf zu sehen. Ich meine, so ein Bild für Götter, das muss man echt genießen, solange wir es noch haben. Das ist ganz, ganz großartig. Platz 3. Da haben wir jetzt auch schon wieder Honda CBX 1100 beziehungsweise 1000. Hat irgendwas zwischen 1000 und 1100 Kubik. Und da habe ich mir schon vor ein paar Jahren ein paar Clips angeschaut, weil ich gehört habe, dass die klingt wie ein Formel-1-Auto. So vor Acht-Ähre und so. Also noch echt gute Formel-1-Autos. Und da will ich jetzt reinhören. Ja. Ja, den Clip kenne ich. Den Clip kenne ich. Da müssen wir warten. Ja. Ja. Boah. Bist du deppert. Bist du deppert. Völlig unvernünftig. Damit heute wohl irgendjemand lang zu fahren bei uns. Die wird jeder hassen. Devil Auspuff auch noch drauf. Ui. Aber rein Sechszylinder. Das ist so eine eigene Faszination. Boah. Ich ist ein bisschen Gänsehaut halb. Ein bisschen Gänsehaut halb ich. Na komm, ich will nicht den Start hören. Fahr. Ich will Schub. Boah. Du musst dir vorstellen, das war 80er Jahre. 80er, 90er Jahre. Boah. Also mit dem Motorrad hasst dich jeder Nachbar. Das ist garantiert. Aber du lebst dein Leben. Das muss man nochmal von vorne anschauen. Diesen Flyback Clip, der ist so legendär. Gefilmt auf einer Kartoffel, so wie es ausschaut. Boah. 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 Werde ich schwach. Also, dass wir das noch toppen heute wird, glaube ich, schwer. Also, das ist schon wirklich das Highlight von mir. Aber Platz 2 Kawasaki H2R. Was sehr Modernes, aber ich bin gespannt, weil H2 Motor einer meiner Lieblingsmotoren, wenig sogar mein aktueller Lieblingsmotor am Markt. Kompressorgeladener, vier Zylinder, 1000cc, 200 PS in der H2R, glaube ich, bis zu 300 PS oder 326 mit Ram Air-Effekt. Irgendwie so eine ganz verrückte Zahl. Und dieser Motor, ich liebe den so, weil es gibt viele Tausender vier Zylinder, es gibt viele Motorräder mit über 200 PS. Aber diese Faszination von dem Kompressormotor, das ist so unglaublich. Also, die anderen Motoren, die entwickeln ihre Leistung über das Drehzahlband und der einfach von unten raus, wenn dieser Kompressor einsetzt. Und ich weiß noch mal, ich habe da mal auf der Landstraße wieder überholt. Ich habe mit 80 gestartet und habe mir gedacht, überhole ich schnell. Ich habe auch schnell überholt. Schaue runter 180. Also der Motor, der ist so brutal, wie ich jetzt gebohrt. Boah, ein bisschen deppert. Mit den Flammen. Boah, das ist so illkraft. Das ist schon echt pervers. Boah. Boah, wenn ich durchschalten. Das ist gründlich. Ah, das ist geil. Ich meine, da hinten mit dem hat die Ohren schon zu mir, ich verstehe es. Aber auch an der Messe, wo wir so am Punkt stand. Aber können wir bittes dem älteren Herrn da ganz rechts anschauen. Und ich bekomme gerade mein Schnitzel raus. Wie kann ich da so ruhig dastehen? Bisschen deppert. Der ist so ekelhaft. Ich meine, das Fahren ist natürlich auch nochmal ein ganz großer Traum von mir, weil das ist, glaube ich, das verstehst du nicht, das normal sterbliche Mensch. Aber natürlich leider, die werden jährlich produziert, in Japan handgefertigt und nur auf Bestellung. Und die Preise sind ja auch enorm. Ich glaube, ich habe einen Bericht schon 55.000 Euro in Deutschland oder sowas. Also, falls einer von euch draußen eine H2R hat und mal zu unserem Trackdisk kommt, dann schreibt mal auf Instagram. mit Christoph Horvath. Ich würde gerne 100 Drehen einfach nochmal auf der Geraden ausdrehen. Weil der Sound, ich muss einfach nochmal anhören. Das ist Hass. Das ist purer Hass. Ja, das ist einfach nur pervers, das ist einfach nur Leistung, schnell was geht und dabei richtig asozial sein. Ja, das müssen wir noch genießen, weil ich glaube, dass sowas wird bald verboten und das gibt es ja nicht mehr. Aber jetzt Platz 1 von meinem lieben Kameramann Pat B. Ducati Desmo Sedici RR war halt ein Homologationsbike für die MotoGP. Also da haben wir MotoGP-Technik drinnen, genauso wie die Honda RC213VS. Ja, nicht oft gebaut, kommen nur in ausgewählte Hände, stehen dann meistens in Garagen. Aber dumm, ist echt schade, habe ich letztens erst gelesen. Honda RC213VS, 4-5 Jahre alt, noch frisch in der Box, wurde für 220.000 Dollar versteigert. Die werden leider nicht gefahren, also hoffe ich, dass wir das wirklich guten Sound und vor allem Fahraufnahme bekommen. Weil natürlich, das ist edel, aber sowas gehört nicht. Schauen wir mal. Boah. Und wenn allein schon, der Anblick. Ein Traum. Und wieder zum Stand, das schaut mal aus wie Aducati Techniker, der das ganz vorsichtig macht. Das ist halt Rennsport, das ist geil. Und die der Lücken gehen einfach vorbei, es wird ja nichts stehen, gekommts. Ernsthaft? Habt Respekt. Ah, fahr wieder, fahr wieder. Boah. Warte, da muss ich zurück in dieses Anfang-Moment. Da hast du schon gemerkt. Boah. Also Tirol ist da damit glaube ich tabu. Die beiden Herrschaften zeigen sie schon. Finger in den Ohren. Ja, die Auspufflösung. Ganz spektakulär. Durchfektor. Ja. Das ist halt geil, aber... Oh, warte. Ja. 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 Ja, das ist das Schöne an dem Sand ist. Der ist brutal. Gib ihm nochmal. Da merkst du das Rennsport dahinter. Aber ist trotzdem irgendwie gediegen. Das ist total elegant, wenn das beschleunigt. Das ist jetzt nicht so asozial wie die Kawasaki. Das ist richtig die italienische Emotion dahinter. Das ist einfach schön zum Anhören. Und ja. Ich bin jetzt hier auf jeden Fall gestärkt. Für mich ist heute Freitag. Ich gehe jetzt mit einem Lächeln ins Wochenende. Und natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann... Schreibt es drunter. Hinterlasst ein Like. Und schreibt es vor allem drunter, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Das ist jetzt ein bisschen ein Versuch. Ich habe mir gedacht, sicher Soundy. Das schaue ich mir gerne an. Also schreibt es drunter, falls ihr noch andere Motorräder hören wollt. Beilsam für die Seele. Ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe. Ihr auch. Und dann... Seid fleißig in den Kommentaren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss und Baba. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020